Mein Name ist Norbert Blüm. Ich bin ein alter Mann, aber immer noch kampfeslustig. Wir brauchen eine Finanzwende, weil das Geld verrückt spielt. 99,6 Prozent der den Erdball umkreisenden Dollarbillionen haben mit Wertschöpfung, Arbeit, Dienstleistung gar nichts zu tun. Das ist eine Hochstapler-Ökonomie, die auf Dauer nicht lebensfähig ist. Ich lade ein mitzumachen und zwar bei unserer Institution Finanzwende. Es gibt viel zu tun. Bleiben Sie nicht zu Hause sitzen. Werden Sie Mitglied, machen Sie unsere Organisation stärker.